Juni 2019 verlängert. Das gab der Tabellenvierte am Dienstag bekannt. Der 34-Jährige wird somit in der kommenden Spielzeit in seine 10. Saison bei Hannover starten und gemeinsam mit den Niedersachsen das 10-jährige Jubiläum in der Handball-Bundesliga feiern. Die Recken sind ein elementarer Bestandteil meiner Karriere, denn ich habe hier zwei Drittel meiner Laufbahn verbracht. Darauf können beide Seiten mit einer gewissen Portion Stolz und Freude blicken, sagte der gebürtige Husumer zu seiner Vertragsverlängerung. Sein Trainer Carlos Ortega fügte hinzu, Torch ist nicht nur ein sehr guter Außenspieler, sondern auch ein wichtiges Aushängeschild, da er den Verein in und auswendig kennt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017